Sparta, Nutella und Justin Bieber. Jawoll. Und mit diesen Worten hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Let's play World of Tanks mit Joker und einem gerade frisch in den Klaren eingeladenen, ich weiß nicht genau, wie ich deinen Namen aussprechen soll. Xylo-Leontai, hallo. Xylo-Leontai, okay. Er kriegt von mir den Spitznamen Xylophon, das kann ich besser aussprechen. Gerne. Wollen wir auch mit unten lang tuckern oder oben? Ja, komm, wir tuckern unten lang. Dreh mal deinen Puppes ein bisschen. Ja. Wackel mit der Kiste. Wunderschön. Keine Bäume umfahren. Seit langem waren wir wieder mit der Joker dabei. Ich freu mich. Ja. Aber wenn wir da hochfahren, kommen wir dann nicht wieder runter, ne? Doch, runter kommen sie alle, das weißt du doch. Das stimmt auch wieder. So, nach dieser verrückten Runde mit Ferd und Sebi letztens, wo ja nur Ferd und ich gefahren sind, ist das Komische daran. Und Ach, er rammt ja auch, aber der hat nichts gesagt, üblich halt. Ach hier, pass mal auf, da kommt so ein Opel Alecto. Der ist ziemlich fies. Weil mit der Kanone ist er nicht so gut. So, mal gucken, ob hier irgendwas... Soll ich mal Gold laden? Da ist doch schon was, da ist doch schon was. Den nix. Bitteschön, Kollege, bitteschön. Den nix. Den Asch ist hinterm Hügel. Den habe ich mal verscheucht, ne? Den... Oh, du bekommst da ein bisschen Besuch, sagst du? Ja, jetzt ist es auch egal, wenn ich mal umfahre, ich bin eh gespottet. Ach, schmeißt du mal die Bäume um. Also gegen Panzer 4 und den T-14 komme ich glaube ich nicht an. Wie kann man denn als Panzer 4 einen B1 abprallen? Das ist schon mehr traurig. Und ich komm da nicht ran, du, das sag ich dir aber... Ja, mir steht der Alecto im Schussfeld. Das finde ich ein bisschen doof. So, jetzt zeig ich den runter. Oh, da ist ein Cruiser. Wenn ich den Weg stehe, musst du sagen. Dann fahr ich irgendwie weg. Nö, nö, ich... Ja, du hattest ja auch eine zu große Macht gegen dich quasi. Ja, may the force be with you, genau. Ey, Imperator, mach da Platz mit deinem... Ich muss mal zurückfahren auf B1, block mich doch nicht. Also heute Gruppenkuschen, Oma und Mügel. Ja, ja, der Franzose macht da gerade keinen Platz. Uch! Ach, ich muss mal Mikroleiser stellen, das habe ich im letzten Display gesehen. Scheiße, habe ich das gar nicht gemacht. Nein, ich habe daneben geschossen. Nice, angezündet. Hihi. Sehr gut. Gut ist er. Wer schießt denn da von links? Wer ist denn da so frech? Das ist eine gute Frage. Ach, Franzacke. B1, ich muss mal ein Stück vor dich fahren, weil ich habe die besser Garn als du, leider. Oh, ich bin nebengeschossen. Der Franzacke jetzt. Ich kriege meine Knappe noch nicht runter, also das ist eine Qualis. Jetzt aber. Kommt nicht weiter runter, ne? Und Re. Bebe, mitten im Display. Guten Tag. Bebe. Danke. Und willkommen im Clan. Do-li-o-n-tai. Die Do-li-o-n-tai. Du-lo-fone. Gesundheit. Da war da schießt so ein B1-haft durch, ne? Den wollen wir mal hier ein bisschen Respekt, ne? Ja, immer auf den Joker, das war klar. Du alte Pflaume. Ich kann mich mal ein Stück nach oben klappen, dann habt ihr mich nicht ganz so laut. Weil, äh, mein Nico war ein bisschen laut in dessen Part und das hat, das kann nicht sein, dass ich jetzt Brandwahl an dem, an dem Scheiß-Panzer-Vier habe. Echt, ey, ich schrei nicht so, ey. Das glaube ich ja nicht. Ja, ich will ja nicht auch das in der Zier, das ist ja scheiße. Ähm, wenn du hier gleich mit dem Let's Play fertig bist, ne, muss ich dir noch was, äh, sagen. Ja, dann sag mal doch mal, wenn ich fertig bin, hier mit. Ja, sag ich ja, wenn du fertig bist, dann. Wenn die Rune lange genug dauert, machen wir... Verdammt, kann ja nicht wahr sein, ich hab das Schwier nicht getroffen. Ach nee, hi, hat er ja gar nicht. Ne, den gar nicht, das ist mein Problem. Oh, da ist der. Gut, jetzt... Anzacke wieder. In den Turm, du Wurm. Schön, das Ding. So, die größere Gefahr ist schon mal weg mit dem Panzer-Vier auch. Das ist auch gut, ich hoffe, wir kommen mal ein bisschen. Ding dong, die Hexe ist tot. Aber wir sollten nicht drücken, weil wir gerade voll am Verlieren sind. Hinter euch habt ihr T14. E14, nur los! Ach ja, darf ich nicht fragen, aus welchem Bundesland du kommst, und ich würde natürlich jetzt nicht zankt, aber ich will ihm das Play die Stadt sagen. Also... Oder den Worldort. Ost NRW. Ach ja, hat sich gar nicht mehr gelesen, richtig, da war ja was. Noch einer. Ja, unser halber Kleinkommen aus NRW. Außer mir natürlich. Ja, du bist der Quoten-Schleswig-Holsteiner. Einen musst du ja haben. gut nur nordlicht spiel nicht mitm essen deswegen nach den 14 da ist jetzt die leider ist gut ja wollen wir runter deswegen auch ein bisschen ärger prallt er an mir ab ich komm mal runter ja ich kann mal runterspielen boah da wäre das jetzt die andere ente und wäre ich jetzt umgekippt ich komm nicht mehr durch du das kann ja nicht wahr sein das ist noch irgendwas auf uns das prallt ab an mir das kann nichts großes sein die sfl vor der ich noch ein bisschen angst ich hab grad festgestellt ich muss noch mal drei monate pause machen hat wohl doch was bewirkt schießt auf mich ich muss das ding ist jetzt halt pushen oder stehen bleiben und wenn ich stehen hab da sieht mich ja trotzdem ich war ja schon offen und habe mich geschossen es ist denn die flotter geworden und sofort er kommt mir auch so flott vor und 30 war für ein schatz für mich noch mal verkostet das für drei ich muss doch möchte mit mir reden bw bw sind gerade mit so etwas zu bekommen ajo ajo jeder draußen bei den nahm dessen position und 500 abo special gemacht habe ich eine reine verschehe das ist ja oft ich und von wofür war der gar nicht im kopf tolle ideen für euch und herrung und herrung und herrschel den fatten aus sein leute er schießt von hinter uns ja er hat ich bin ja verletzt wo das kommt das kann bös erwischt und habe ich gesehen das hat ja hinter uns und tritt schlägt ne ich kann zu kotzen ich bin schlägt ja der ist an und das wieder in eurem laden er soll schon hier ist doch gar nicht ja und er tut er irgendwas auch noch ja natürlich die fehler liegen nicht an tritt wer hat mit alles so war der dritte doch drei stoppt rein was wir jetzt das gibt es eine Mütter das wichtigste durchschlagen kannst ich hatte die anzelt Es gibt jetzt einen Bier-Simulator. Da kann man einen Bären spielen. Es gibt auch einen Go-Simulator. Wow, yeah baby! Das ist dann aber ein Bären. Leute, ich hab die Blower abgeschossen. Mit 60er Pfee. Pfff. Deswegen 7 Kills haben wir insgesamt. Ich bin leider tot. Du auch jetzt. Ich hab Schaden gemacht, du, das lag immer nicht an mir. Und an die glaube ich auch nicht. Wenn wir mal drauf gucken. 7 Stück von denen. Wir haben noch gut was mitgenommen. Wir waren ja schon deutlich am verlieren. 15 gegen 15, ne? 7 von 11 haben wir gekillt. Ich sag mal Ingo, das kommt besser. Du hattest als Scout hier eine schlechte Karte leider. Gerade da unten, wo dir der Panzer 4, der T1, der T14 und der ganze Haufen entgegen kam. Joa. Deswegen, sei mir nicht böse. Das war eine kurze Runde. Ich werde bestimmt die Tage nochmal spielen. Aber jetzt höre ich erstmal auf wieder. Joa, macht ja nichts. Ich war zwar nur im Channel, aber erstmal... Ich wollte nur gucken, ob jetzt alles funktioniert hier. Meine PIN geht eh grad hoch auf 200. Also ich möchte WOT auch nicht mehr, dass ich spiele. Bzw. die Telekom möchte ich nicht mehr, dass ich spiele. Danke sehr. Für den Test war es schön. Ich hab den, ich sollte nochmal Pause machen. Vielleicht bezahlen wir es. Eingefecht in drei Monaten. Das kann nur gut werden. Der Opel geht nochmal ein bisschen die cappen lassen. Wir sind da eh fast 10 Minuten für das letzte Fall. Habt ihr mal heute mal wieder nur eine Folge passiert ein bisschen öfter. Hallo. Moin. 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 Hallo. Wo ist'n keiner da? Hier ist'n keiner da. Wo ist'n nur keiner da. Der keiner da ist da. Ja. Kai. Na da. Okay. Also wir sind auch fast durch mit der Runde hier. Bitte hier WOT? Ja, ich... Let's play grad WOT. Hm. Ah. Aber wieso macht das immer in diesen komischen Channels hier, ne? Ist schlimm, ne? Und wir haben, glaub ich, fünf WOT Channels, ne? Ist schlimm, ne? Ist richtig schlimm, ne? So, gucken wir uns nochmal hier die, ähm... Master You Bet Second Class, okay? Nice. Wir haben fünf WOT Channels und ein extra Aufnahme-Channel, aber nein! Doch, ja, das läuft. 1.300 und 700 Schaden, das ist doch gut. So. Ja. War doch lecker. 27.000, äh... Spotting, äh, hat Schaden gemacht. Schön. Crash Credit, 27.000 Schaden gemacht, genau. Ne, ne. 27.000 Quattles natürlich. Also, äh, ich bedanke mich sehr fürs Zugucken, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis deine Aufwärtszeit ein bisschen kürzer war. Ciao. Bye, bye. Bis. Bye. Ciao.